Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, vielleicht habt ihr das letzte Video vom Kia Niro EV gesehen, wo ich den Autobahnreichweitentest gemacht habe. Und da kamen wir so auf 280 Kilometer Reichweite. Aber das ist ja nur so ein kleiner Anteil der Anwendungsfälle. In der Regel, da fährt man so ein Auto ja eher so in der Stadt, im Drittelmix, also Stadtverkehr, Landstraße, Autobahn möglicherweise. Und da ergeben sich dann plötzlich ganz andere Reichweiten und auch ganz andere Möglichkeiten für so ein Auto. Und genau das machen wir heute. Wir fahren heute nämlich mit der Familie auf einen Sonntagsausflug. Also außer, dass heute Montag ist, nämlich Ostermontag. Wir fahren heute in meine alte Heimat. Das ist nämlich das Emsland. Falls ihr es nicht wusstet, ja, ich komme aus dem Emsland, genauer gesagt aus Papenburg. Und das sind von Bremen so rund 130, 140 Kilometer, glaube ich. Und hin und zurück also 280, rund, wenn wir da ein bisschen rumfahren. Und das ist genau die Reichweite, die mir jetzt hier angezeigt wird bei 100 Prozent. 280 Kilometer. Allerdings berechnet nach meinen letzten Fahrten, sprich Autobahn. So, und jetzt machen wir das quasi im Drittelmix. Landstraße, Stadtverkehr, Autobahn, wie vorhin schon gesagt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sind da die Reichweiten? Wie ist da der Verbrauch vom Kia Niro EV? Und haben wir hier nicht eventuell plötzlich ein ganz anderes Auto? Ja, das wird ein sehr spannender Test, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, Hund ist drin. Wie gesagt, Hundetest haben wir ja schon gemacht. Hat er bestanden, der Wagen. Und jetzt Klappe zu. Los geht's. Ja, wir sind startklar, also drücke ich mal den Start-Stop-Knopf. Und dann kann es auch schon losgehen. Nicht vergessen anzuschnallen. Ja, wir fahren jetzt 135 Kilometer, so ungefähr. Ich habe die Strecke jetzt nicht ins Navi eingegeben, weil ich den Weg eigentlich ganz gut kenne. Das heißt, hin und zurück 280 Kilometer müssten es locker sein. Wir haben jetzt eine Restreichweite von 273 Kilometer. Das bezieht sich aber eigentlich nur auf Autobahnreichweite. Das heißt, wir fahren ja auch Landstraße, wir fahren auch Stadt. Also eigentlich müssten wir hin und zurück kommen. So wie ich mir auf meinen Apps angeguckt habe, ist dort die Ladeinfrastruktur wirklich sehr, sehr schlecht. Also in Aschendorf, dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, 8000-Seelen-Ort, gibt es laut Chargemap nicht eine einzige Ladesäule. In Papenburg gibt es, glaube ich, vier Schnelllader über 50 kW und so ein paar AC-Säulen. Das ist so eine 40.000-Einwohner-Stadt. Ja, also da muss ich da echt noch was tun auf dem Land. Ja, wenn man so auf der Landstraße bzw. dem Autobahnzubringer mit 80 lang zuckelt, dann haben wir doch mal eben so knappe 15 Kilowattstunden an Verbrauch. Und wir haben jetzt schon fast 10 Kilometer Reichweite dazugewonnen. Wir haben jetzt 263 Kilometer Reichweite, also 9 Kilometer verloren. Aber wir sind schon 21 Kilometer gefahren. Also haben wir eigentlich 12 Kilometer dazugewonnen. Wahnsinn. Also je länger wir fahren, desto mehr Reichweite kriegen wir. Ist das nicht geil? So, jetzt fahren wir hier von der Autobahn runter bei Oldenburg Richtung Papenburg. Und wir haben jetzt knapp 60 Kilometer schon geschafft und sind bei 18,3 Kilowattstunden. Wir haben noch 230 Kilometer Restreichweite. Das macht zusammen 290. Das ist ja interessant zu beobachten. Ja, und wenn man in Oldenburg von der Autobahn runterfährt, dann fährt man hier entlang des Küstenkanals. Das ist im Prinzip immer geradeaus, so 60 Kilometer bis Papenburg. Das ist eigentlich eine schöne Strecke, weil es eigentlich immer nur geradeaus geht. Aber hier darf man natürlich nur so 80 bis 100 fahren. Das ist natürlich gut für den Verbrauch. Wir sind jetzt bei 17,8 und er sinkt weiter. Und im Prinzip überlasse ich dem Spurhalterassistent und dem Tempomat im Prinzip die ganze Arbeit. Die Verkehrszeichenerkennung funktioniert eigentlich super hier. Manchmal jedoch, da will er irgendwie die Zeichen, die vielleicht ein bisschen weiter weg von der Straße stehen, doch nicht erkennen. Was aber wirklich schön ist, ist, dass der Tempomat dann beim erkannten Verkehrszeichen, bei der Geschwindigkeit, die entsprechend anpasst. Da muss man gar nichts machen, das passiert automatisch. Das ist doch wirklich sehr bequem. Also ich bin von der Effizienz hier vom Niro EV echt ganz angetan. Wir haben jetzt 80 Prozent im Akku, also 20 Prozent verfahren. Und wir sind knapp bei 80 Kilometer Strecke, das heißt 10 Prozent 40 Kilometer, also 100 Prozent 400 Kilometer. Und das im Autobahn-Landstraßen-Mix mit dem 64 Kilowattstunden-Akku. Also Respekt! Ja, hier entlang des Küstenkanals sind auch riesige Moorflächen, die sie bis vor kurzem noch quasi, wo sie den Torf abgebaut haben. Und jetzt sind die quasi alle stillgelegt, die Abbaufflächen, und die Moore werden wieder rekultiviert, um der Natur wieder Raum zu geben. Das finde ich richtig gut. Das sind wirklich riesige Flächen, quadratkilometerweise. So muss das sein, denn Moore binden ja auch extrem viel CO2, falls ihr es noch nicht wusstet. Ja, das hier ist der Splitting-Kanal in Papenburg. Das ist der längste Kanal der ganzen Stadt. Und wenn ihr euch jetzt wundert, dass es hier so wenig Bäume gibt an dem Kanal, das ist Absicht. Weil früher, wo die hier mit Torfkähnen lang geschippert sind, da haben die die Torfkähne gezogen mit Seilen. Das heißt, links und rechts vom Ufer sind die Leute lang gemarschiert, hatten Seil über der Schulter und haben die Torfkähne hier den Kanal rauf und runter gezogen. Naja, da hätten Bäume natürlich gestört. Ja, das, wo wir jetzt hier sind in Papenburg, nennt sich das Obenende. Das ist die Michaeliskirche. Und dann gibt es auch noch das Untenende. Das ist natürlich unten. Wir sind hier ja oben. Ja, das ist das Heimatmuseum von Fehlenanlage hier, das Moormuseum in Papenburg. Von Fehlen war, glaube ich, einer, der hier damals hauptverantwortlich für die Moorentwässerung war. Und der Trick war eben, hier Kanäle in das Moor zu stechen und auch Seitenkanäle reinzustechen und dann von den Kanälen aus das Moor langsam trocken zu legen. Und das waren hier so diese alten Schleusen, so wie sie damals waren. Und die gingen dann in die Hauptkanäle. Und da haben sie dann mit solchen Torfkähnen, das ist jetzt schon so ein großer Vertreter, meistens waren die viel kleiner, haben sie den Torf, den sie hier abgebaut haben, verschifft und verkauft und davon ja mehr oder weniger gelebt. Ja, schaut euch das an. Das waren hier so die ersten Behausungen der Moorstecher, also quasi nur eine Torfhütte. Da hat man dann damals drin gelebt. Und zweite Ausbaustufe, eine Generation später, war dann das hier. Quasi schon Luxuswohnung mit gemauerten Ziegeln und Fensterscheiben. Und danach kam dann so ein kleines Häuschen hier wie das da. Also es wurde quasi immer besser von Generation zu Generation. Und man sagte hier auch sozusagen der ersten Generation den Tod, dem zweiten die Not und dem dritten das Brot. Und dann kam dann so ein kleines Häuschen. Ja, man nennt Papenburg auch das Venedig des Nordens. Kein Wunder, hier gibt es wirklich jede Menge Kanäle. Und dann kam dann Gedanken K alguna. Und dann kommt eben weiter aus dem Mosch. Richtig, Frau Boakotye Zuger. Also Ja, sowas gibt es auch nur hier im Emsland. Ja, Leute, das war Papenburg. Hier habe ich, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre gewohnt. Und jetzt fahren wir nochmal nach Aschendorf. Das ist so ein eingemeindeter Vorort. Und war früher mal Kreisstadt vom Landkreis Aschendorf-Hümmling. Lange ist es her. 80er Jahre Gemeindereform wurde es zum Landkreis Emsland. Und das ist ungefähr 5 Kilometer von hier. Und da bin ich groß geworden. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an, wie das jetzt aussieht. 8000 Seelendörfchen. Ich vermute mal, es ist ziemlich tot. So, Leute, das ist meine alte Wirkungsstätte. Hier bin ich quasi als ganz kleiner Steppke jeden Tag rumgerannt. Das ist in Aschendorf die Kirchstraße. Und so kann man das sehen. So sah das früher mal aus. Das war früher zu meiner Zeit, also irgendwie Ende 60er, Anfang 70er. Und das ist es heute. Ja, hat sich doch einiges verändert. Nicht alles, aber einiges. Ja, das ist das Schloss Altenkamp. Hier hat der alte Van Velen gewohnt, tatsächlich der quasi die Papenburger Moor-Kolonie angelegt hat. Das war so im 17. Jahrhundert. Das hier ist erbaut 1728. Ist jetzt natürlich im Besitz des Landkreises. So, das war Aschendorf. Da ist man schnell durch. Es ist ja nicht so groß hier. Wir haben 130 Kilometer gefahren, 189 Rest. Das heißt, wir laden auf gar keinen Fall. Wozu auch? Und wir haben noch, wie viel Prozent? 69. Also total locker. Ja, jetzt sind wir wieder zu Hause nach unserem schönen Ausflug und sind ganze 263 Kilometer unterwegs gewesen. Also war doch nicht so viel, wie ich gedacht habe. Ein bisschen weniger. Aber wir haben noch 97 Kilometer Restreichweite und einen Durchschnittsverbrauch von, haltet euch fest, 16,7 Kilowattstunden. Und ihr habt ja gesehen, wir sind teilweise Autobahn gefahren. Das waren so ungefähr 25, 30 Prozent der Strecke. Wir sind ein bisschen durch den Ort, durch die Stadt gefahren und eben auch sehr viel Landstraße. Und plötzlich haben wir eine Reichweite mit dem Kia Niro Evi von über 360 Kilometer. Und wir haben noch 35 Prozent im Akku gerade. Also das sind doch plötzlich ganz andere Werte als auf der Autobahn. Und da ist dann so ein Auto plötzlich extrem alltagstauglich, weil ich wirklich ganz, ganz selten damit laden muss. Und da ist natürlich die langsame Ladeleistung, die wir im ersten Video gesehen haben, möglicherweise gar nicht so entscheidend. Ja, Fazit von so einer Alltagsstrecke im Drittelmix ist also Reichweiten von Elektroautos, auch mit einem kleineren Akku. Der hat ja den 64 Kilowattstunden Akku hier. Die sind im Prinzip völlig alltagstauglich und man kommt im normalen Alltagsbetrieb locker die 350, sogar eventuell 400 Kilometer, wenn es noch ein bisschen wärmer wird. Und das reicht doch wirklich völlig aus, wenn man dann zweimal im Monat lädt im normalen Alltag. Und das ist ja nun wirklich echt kein Problem. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Und wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.